willkommen zurück zu bis dass der tod uns scheidet mit dem jörg hey so lass uns mal eisen suchen was soll ich muss weiter hier auf f3 drücken so wir müssen wir wollen nämlich warte mal moment 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 ich habe die liste ich habe auch meine liste hier bei mir auch schon enderman wie schön dass er dich nicht mehr brauchen du kleine bärtsch gott sei dank brauchen wir den klein so ich habe auch gerade kurz in der pause während dem jan sein resource pack gewechselt hat habe ich mal ein bisschen inventar sortiert die hast gefunden alles die war meinst du glück dabei ja gut glück und 33 dir ist jetzt aus der tour ich habe noch keinen einzigen hier war schon schnieke die zahlen hier soll jetzt noch mal eisen ich würde gern mehr ich will gar keine plünderung mehr vom schwert haben das heißt wir sind emerald der war hier ja wir graben wir graben uns in die richtung weil emeralds nur unter großen bergen eigentlich sind ja da haben wir die extreme hills wusste ich doch reicht das mal von der liste extreme berge wir brauchen immer extreme berge plus ja ich streiche erstmal extreme berge so viel einfacher gewesen hätte direkt auf englisch gemacht ja ich habe es auch mir überlegt das dann noch mal auf englisch aufzuschreiben und dachte mir nö ich schreibe doch jetzt nicht nur eine komplette liste nochmal neu ja das dachte ich mir dann aber auch ich hoffe ich hoffe ich hoffe wir finden noch mal ne 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 höhle das wird zu müssen auf einmal kriegst du einen schlag auf den hinterkopf das ist schon irgendwie lustig forest hills forest hills äh waldhügel hatten wir schon so während du das dann machst ich kann die eh nicht auf englisch aufschreiben da brauche ich die liste so ich habe kein lustig komplett umzuschreiben da übersetzt sich sowieso warte mal forest hills äh ich würde gerne einfach wo hier extreme hills ist in irgendeine richtung graben und gucken dass wir dann vielleicht extreme hills plus noch kriegen wenn wir schon mal hier unterwegs sind sag ich mal in die andere richtung hier habe ich beach ja dann ist wahrscheinlich meine richtung die wahrscheinlichere ja ich grabe hier einfach weiter nimmst du das eisen dann mit was hier unterwegs noch ist ja wäre sehr cute von dir ich mache ressourcen abfahren oh lapis alter wie viel lapis aus einem so einem ding rauskommt wenn man da mit mit glück rein kloppt ey das ist ja heftig hast du ne schaufel dabei? ja geh mal kurz vor oh kannst du kurz einmal die erde da vorne mitnehmen ach ernster komm schon spiel komm schon spiel troll mich halt noch härter du dürfst jetzt auch gut level machen wenn du hier alles mitnehmen kannst ja warte mal wir sind wir sind schon bei forest 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 extreme hills ich habe kein extreme hills plus gesehen leider welche höhe haben wir denn? kannst du kurz mal gucken bei dir? 18 ah nutzt es jetzt auch nicht so sich komplett hoch zu bauen ne? ich würde jetzt trotzdem in die richtung weiter bauen wie kare ist auch scheiße egal welche höhe wir haben ne? wir brauchen jetzt nicht zwangsläufig dias entsprechend kann ich auch ein bisschen querfeld eingraben je nachdem wo ich gerade was sehe das ist korrekt oder was höre ich höre hier gerade zombies rechts auch hier über uns schräg über uns ja du musst nah dran sein ja es hört sich auch nah dran an hm hm ja da haben wir noch was creeper auch bei dir ok oh direkt ne schlucht richtig schöne schlucht sogar hauptsache ich baue mich zwei blöcke weiter an der seite vorbei und ich komme hier raus und du an der schlucht hier ist noch gold forest 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 oh verzauerte leder verzauerte leder bist du ach das war schön ach nein ich habe so ein scheiß kreuz wie ist das eklig mit dem kreuz wir haben hier auf jeden fall noch ne Dings ich sehe was du getan hast hier können wir eigentlich ganz gut ablaufen auf suche nach ressourcen was mir gleich so ein bisschen fehlt ist ne das brauche ich nicht Eisen Eisen nehmen wir mit nehmen wir mit nehmen wir mit nehmen wir mit wissen du ich sehe ich sehe dich ich sehe dich geradeaus guck mal rechts hi so schienen brauchen wir ja nicht mehr hier ist einmal gold links das nehmen wir auf jeden fall mit bürbi bürbi die dürbi 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 hier drübi dürbi Ja, aber du hast doch auch einen Fehlerfall auf deinen Schuhen drauf, oder? Ja. Ich meine, woran möchtest du bitte sterben? Ach, ich weiß es nicht. Immer noch Forest, oder? Großer Forest. Ja, wir laufen die Schlucht weiter, ne? Ah, ich habe noch Gold. Toll, ein Gold. Hauptsache, ich kriege den Sound für Falldamage. Ah, hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Forest Hills, das hatten wir auch schon, ne? Mhm. Alter, wie es hier immer noch, immer so gerade eben weitergeht. Alter, wie schnell ich mit dem Wasserläufer bin. Wasserläufer ist krass, ne? Ich würde gerne auf Wasser laufen können, aber... Äh, das kommt mit der 1.9. Was willst du? Ich glaube, es gibt eine Verzauberung, aber ich habe sie jetzt in einem... Äh, die spielen auf einem Snapchat. Die YouTuber. Aha. Und da gibt es Frost Walker. Also die... Du kriegst Eis unter deinen Füßen, Verzauberung. Oh, wie bei Hexel. Ja. Los ist halt teilweise nervig. Die solltest halt nicht immer tragen, ne? Mhm. Mhm. Na klar, zum Meer überlaufen ist halt ganz geil. Glaube ich. Ja, wenn du aufs großer Höhe springst nicht. Genau, das schon mal nicht. Oh Mann. Wie traurig wäre das denn? Äh, ich hab... Ich hab ne kleine Sache für dich. Weil ich gleich die Ressourcen dafür nicht hab. Ja. 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 Wow. Ich hab jetzt über einen Stack Knochen. Ja, ja. Ich hatte, äh, relativ viel mitgenommen. So einen halben Stack. Und hab halt mein Plünderungsschwert grad die ganze Zeit gekämpft gehabt. Bin ich nur du. Dementsprechend habe ich auch ein paar Knoten. Die hier rüber werfen können. Ich guck mir grad noch mal aus den letzten Sticks, die ich noch hatte, was machen. Wär halt cool, wenn da irgendwie ich hier vorausgrabe. Ausfackeln oder was? Wir haben hier schon wieder Extreme Heads. Ja, ich hab halt noch 30 Forest Hits, Extreme Heads. Das wäre doch mal cool. Wenn wir jetzt hier Extreme Heads plus... Forest Heads, Extreme Heads. Das ist in die andere Richtung. Jetzt auf jeden Fall weiter. Das ist gut. Ich hab jetzt auch hier erstmal nochmal ein bisschen was an Eisen und so rausgeholt. Jetzt gerade. Jo, sehr fein. Jetzt zwei Stacks Eisen. Ähm, wir sollten halt gucken, dass wir nicht zu weit weglaufen, ne? Äh, joa. Das Leuchtfeuer sollten wir schon noch bei uns, äh, vollständigen. Ja, zur Not gehen wir einfach gleich über Tage, wenn wir genug Eisen und sowas haben. Aber dazu brauchen wir erstmal genug Eisen. Ja. Ich hätte gerne, am liebsten mit dieser Mining. Ich hab's da reingesetzt. Und ja... Hier ist ein Emerald. Ah, cool. Das sind immer wieder Extreme Heads, ne? Ohhhh. Professional Handy. Ich hab's nicht gehört. Nicht? Nö. Also, das liegt ungefähr. Zwei Handbreit entfernt vom Mikrofon. Ich hab's nicht gehört. Ansatz auf nicht. Okay. Larpist. Dann hab ich nichts gesagt. Ich hatte nie mein Handy in der Nähe. Never ever... Oh, ich seh nichts. Never ever in die Inselnähe. Preis auf Redstone und alles, ne? Larpist nämlich mit. Gibt viel Erfahrung. Oh, ich baue jetzt nicht hier in Redstone ab. Oh, der Kacke. Ich hab's nicht mehr. Bisschen wird schon wieder hin. Oh, ich baue einfach nur hier so ein bisschen. Ich will es ein verrottetes Fleisch ab und so. Ah, ich zieh. Gut. Ich weiß gerade Redstone und Larpist weg. Weil, bei aller Liebe. Wir brauchen Turbel den Kram nicht. So ein Stack Larpist okay, aber... Selbst dann, wir gehen einmal nach Larpist suchen. Ohne mit Glück ab. Und dann hast du aus vier Dingern ein Stack raus. Jo, das ist schon heftig, was Larpist so... Larpist droppt ja schon an sich sehr viel. Was gibt's? Ähm... Ja. Ja. Mhm. Mhm. Warum? Okay. Ja, ich, äh... Jetzt läuft's. Schön. Hallo unsere Leute zu... Alter... Mike, oder? Bis dass der Tod entscheidet! Und meine Aufnahme hat gestackt! Und das ist mir gerade erst aufgefallen, nachdem wir jetzt schon fünf Minuten oder so unterwegs waren. Ähm... Ja, ich, äh... Ich, äh... Guck gleich mal zwischen den Folgen rein. Ich hoffe, es ist nicht zu viel verpasst. Ich hoffe auch, die erste Folge ist jetzt, weil ich wirklich nicht drauf geachtet habe. So einfach so... Rein intuitiv! Ja... Ja... Die Taste gedrückt. Äh... Ich hoffe, alles passt da. Und, äh... Wenn nicht, schaut auf jeden Fall... Also sowieso für diese Folge heute. Schaut ihr definitiv bei Jan vorbei, bitte. Weil, äh... Auch wenn nicht viel passiert ist, falls euch das Projekt interessiert, guckt bei Jan vorbei. Ähm... Auch wenn ihr meine Fratze da nicht sehen könntet. Das ist schon ein bisschen schade. Äh... Äh... Das ist mir irgendwann passiert. Das... Irgendwie... So eine Scheiße passiert, ja. Äh... Es passiert auch den Besten. Mhm? Es passiert auch den Besten. Oh, komm. Das ist eigentlich die erste oder die zweite Folge. Die wir heute aufnehmen. Mhm. Die erste. Okay, gut. Dann haben wir... Dann haben die Leute ja nicht viel verpasst. Ja? Ähm... Ich kann auch kurz zusammenfassen, Leute. Was passiert ist. Wir haben so ein bisschen Bordelbordel gemacht. Und noch da ein bisschen Bordelbordel. Dann da. Ich hab ein paar Dias gefunden dabei. Und das war's. Ich hab ein paar Emeralds gefunden. Ja, er hat Emeralds gefunden. Genau. Ich hab gleich keine Fackeln mehr. Noch 10. Hm. Dann sind sie leer bei mir. Ich hab auch... Ich hätte niemals Kohle, um was zu machen. Warte. Oh. Take it. Achso, du hast mit Fackeln zugehauen. Danke! Achso, du kannst abhauen. Take it. Hold it. Wie viel hast du jetzt eigentlich schon an, äh... Eisen? Eisen. Ich habe zwei Stacks und, äh, 20 drauf ungefähr. Ich häng bei... Wenn ich jetzt Eisen und Gold nehme, dann bin ich bei... Ich hab kein Gold. Eisen, Gold und Dias zusammen hätte ich grob drei Stacks. Weil ja alles zählt. Ist ja egal. Mhm. Ich denke, es sollte uns auch egal sein dann. Ich werde auch nachher einfach... Wenn's nicht... Wir müssen es doch nur einmal fertig machen, dann können wir auch wieder abbauen, was wir brauchen. Das stimmt auch wieder. Alles! Alles weg! Ich wünsche nur, man könnte unsere Schienen wieder einschmelzen. Das wär cool. Mach schon wieder Gold. Ich hab die ganze Zeit nur Gold. Weißt du, wie viel Stacks wir alleine da rauskriegen würden? Wieso? Dann müssten wir schon bald nicht mehr buddeln. Ja. Apropos. Papa. Der kennt ja auch die Stahlkolle da. Bestimmt. 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 Bestimmt wird sie Jan gleich raussuchen, während wir Pause haben. Ja. Der Jan, der nicht weiß, wo die Stahlkolle in der Hand sind. Ja. In deinem Video, in irgendeinem Video hast du sie Jan. Oh mein Gott. Ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Zur Not laufen wir alles einfach zurück. Haha. Als ob. Das könnte ich sogar. Das könnte ich. Ja, jetzt war ein fucking langer Weg, aber das könnte ich. Hier ist nochmal Gold. Gold kann ich auch schleppen. Ja, du warst eh so gut wieder. So, erstmal ein bisschen hier. So, ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal zwei Stacks Eisen voll. Mein dritter hat gerade angefangen. Na, aber du mal vor. Ich lege den mal eben kurz Gold hin. Weil für ein Gold mache ich keinen Inventarplatz mehr. Ja, ich werde noch ein bisschen... Du musst Fackeln setzen, by the way. Ja, ja, kann ich machen. Ich mache gerade mein Inventar so ein bisschen leer. Ja. Ich mag es nicht. Aha. Tong. Äh, ist das dein letzt... Ich habe jetzt auch meine... Ah, du hast ja noch immerhin Haltbarkeit auf deiner, ne? Auf deiner neuen. Ja. Okay, dann geht das ja. Und dann ist das ja eine safe Sache. Ja. Ja, ich würde mich nur über Eisen freuen. Eisen. Eisen. Dias sind aber auch geil, weil... Dias wir halt sogar... Du kannst ruhig weitergehen, dann brauche ich die ganze Scheiße hier ab. Wenn irgendwas Gutes dabei ist. Ja, jetzt hast du mich verwirrt. Äh... Dann war's. Oh, cool. Ich habe auch gleich ein Gold Steak nochmal voll. Nice. Du bist 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 du Ich seh halt gleich nichts mehr. Ich hör'n Zombie von links. Hab ich da eigentlich erzählt, dass ich mir einen neuen Bildschirm bestellt hab? Hast du jetzt gemacht? Ja. Also ein Schniekenbildschirm. Ein Schniekenbildschirm? Weil er preislich gar nicht mal so viel teurer war als ein anderer. Also ich hab' mir auf jeden Fall auch ein 27 Zoller geholt. Und der andere hat 24 oder? Ne, auch 27, auch 27. Wo dann die gleiche Größe haben. Ah, aber der zweite ist trotzdem ein bisschen was besonderes. Weil er ist ein Curved. Ein Curved? Ja, von Samsung. Weil er nur 30 Euro teurer war. Als der andere, den ich mir geholt hätte. Und dachte ich mir, komm, dann kannst du dir auch so einen coolen Curved holen. So lange werde ich wahrscheinlich trotzdem immer den anderen mitnehmen. Weil, keine Ahnung. Hab' ich auch ne lange Zeit noch gemacht. Jetzt ist halt mein neuer Bildschirm. Das war immer noch sehr, sehr gut. Aber nicht mehr preislich, diese Marke. Ja, sag' mal so. Mein neuer Bildschirm ist günstiger in der Anschaffung als mein Alter. Alter Skeletch. Voll sneaky. Oh Mann. Der hat sich in den Wasserfall reingesetzt und mich daraus abgeschossen. Ich hab' ihn nicht gesehen. So, ich seh' hier schon nichts mehr. Achso, du bist gerade oben, ne? Ne, ich hab' hier so ganz viel Eisen auf einem Fleck und ich konnte hier nicht mehr stehen. Achso, ne, ist ja richtig, ist ja richtig. Ich komm' auch mal da hoch. So, mach' für mich Licht. Ich brauch' ihn mit 22 wieder, ne? Was brauchen wir? Wie viel? Hä? Äh, Fackeln sind gleich leer bei mir. Ähm, wenn du Holz hast. Sonst müsste ich gleich einmal... Und deswegen hab' ich dir, deswegen hab' ich dir ja vorhin was hingeworfen. Ich hab', weil ich halt nichts hatte. So. Achso, das ist, das sah vorhin aus dem Video. Äh, hä. Oh, hier ist Eisen. Ist noch gut. Okay, ich geh' mal pflanzen. Du bist ja da, wo du gerade standest, war eigentlich ne schöne... Da drüben ja noch Eisen in der Wand. Da oben steht auch noch ein Skid. Ah, jetzt musst du die Aufnahmezeit im Blick haben, für die Folge. Ähm, ist gleich schon soweit. Äh, für wenigstens 10 Minuten wollen wir gerne vollkriegen. Wenn das okay ist. Drei Enderman! Gut, dass sie da sind, wenn wir sie nicht mehr brauchen! Ja, tut sich, tut sich. Der eine glitscht da noch rum. Oh, in der Perle. Hä? Der ist unten in der Schlucht, der eine. Achso, okay. Guck mal hier, was ich kann! Guck mal hier, was ich kann! Plumps! Ah! Aua! Klopp! Haha! Komm mal her! Warte mal! Warst du einer... ...hinter dir gewesen? Ich hab ihn gesehen! Schubst er dich jetzt... Ja! Er kommt nicht an dir vorbei! Hey! Du bodyblocks ihn gerade! Hahaha! Ich geh mal nicht aus dem Crafting-Menü raus! Das ist geil! Hahaha! Wie du ihn einfach... Wie du ihn einfach bodyblocks, obwohl er mich angreifen will! Waaah! Hahaha! 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 Oh Mann! Ja, hol dir mal hier die... Ne, ich hab... Ich hab die Enderperlen gerade weggeworfen! Also ich hab mich... Ne, geh mal da auf den Erdblock! Da liegt Steckfackeln für dich! Hm! Das sind halt... Eigentlich hätte ich zwei Stecks machen können! Ich hab noch eineinhalb Stecks hier! Achso, okay! Die Erfahrung! Komm mal her, komm mal her! Die User... Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, ich komm mal! Hahaha! Hahaha! Nice! Super! Viel Spaß! Äh, ich werf mal so Sachen weg wie... Die Redstone... Und Lapis... Flint... Äh... Diorid-Kies... Auch Stahl... Wie geil der Ender-Menn war! Hahaha! Ah, schon ziemlich edel! Ja, lass das Laub-Laub sein! Ich glaub, du hast genutzt Dicks! Ich will... Ne, ich bin... Ich will eigentlich ein Crafting-Terminal noch haben... Zumindest zum Ausstellen... Ich hab mir zu spät dran gedacht... Achso, was wolltest du noch zusammenfassen? Ja, was wollt man? Kohle! Achso, ja... Kohle... Hast du... Ne, du hast keine DS gehabt, hast du gesagt, ne? Ne... Gut... Wo war denn hier nochmal... Warte... Uäh! Gut, dass wir noch nicht in der 1, 9 spielen... Weil sonst hätte ich dich jetzt runtergeschubst... Weil in der 1, 9 gibt's ja Kollisionen! Schon wieder... Die machen das doch immer wieder mal! Einführen... Rausnehmen... Einführen... Rausnehmen... Ist nicht das Erste, ne? Jan... Jan... Ey! Dieser Baum hat mich getrollt! Oh Mann, das bin ich ganz runtergeflohen! Oh Mann, ey... So... Wird eigentlich hochklettern und gucken, wo die... Wie das Eisen war, was ich vorhin mal gesehen hatte... Du hast die ganzen Enderpellen aufgenommen, weil ich voll war! Alter! Wo bist du? Genett bestraft dich für deine Arroganz! Es brennt! Cockpit, es brennt! Cockpit, es brennt! Oh, es brennt! Mein Herz, es brennt! Oh Gott, hör auf! Schade, dass die... Schade, dass die... Brennpfeile... Nicht, äh... Das müssen ausleuchten wie Fackeln, weißt du? Das wäre doch mal richtig cool, wenn... Also hätte ich keinen Federfall gehabt, wäre ich vielleicht daran verreckt! Ernsthaft? Boah, ich hätte dich so geflamed, ne? Es wäre zu messer scharf an der Max-Grenze gewesen! Alter, schwebt! Ähm... Das kommt davon, wenn man ein Inventar rumhambelt, während man mit Shift an der... Kannte es nicht! Naja, wo bist denn du jetzt hier? Ich höre bei dir im Grün! Ich seh dich doch! Da ist noch Eisen! Das Eisen nehme ich mit! So! Gut! Zu geil! Ah, dieser Enderman war einfach... Oh mein! Da ist ein Eisen runtergeplumpst! Der Enderman war einfach... Alter! So, wir sollten jetzt aber trotzdem so langsam mal... Genau, so langsam... So langsam ist meine verkürzte Folge Ende! So langsam ist deine verkürzte Folge Ende! Ja! So, ich sag mal dann, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen! Lasst einen Daumen nach oben bei Jan da, denn der hat's geschafft, die komplette Folge aufzunehmen! Ja! Lasst auch einen Daumen bei Joscht, auch wenn seine Folge kürzer ist! Ja! Schreibt ihn doch ein bisschen in den Kommentaren, was hat er da verdient! Ja, bitte! Ja, bitte! Habt noch einen traumhaften Tag! Bis zum nächsten Mal! Ciao!